Herzlich Willkommen zurück zu Batman The Arkham Knight. Wie ihr seht, wir sind bei 3% 14 von 107, das haben wir mal für den anderen Spielstand Aktuelles Missionsziel, hinteres Scarecrow die Angstgasbombe zu zünden Verwende die Antenne der Panessa Studios, um Scarecrow's Aufenthalt zu bestimmen Besorge die Winde für das Batmobil Werden wir 200 Meter Nein, nein, wir kommen da nicht hoch Doch, sehr schön Verpackt, einfach durchs Dach geflogen, was ist das denn? Batmobil, rufen Oh oh Da ist unser Batwing Das Ding ist übelst geil Winde Zieht Hindernisse herunter und bewegt schwere Blockaden Liefert leistungsstarke Wechselstrom Energieversorgung Oh yeah Danke Batwing Jetzt können wir weitermachen Das ist unser Weg Das ist unser Weg Schalten Sie dann in den Rückwärtsgang Und seien Sie bitte vorsichtig mit dem Wagen, Mr. Wayne Er ist ein Unikat Ja Werde ich Winde Einsetzen Wir können sogar Zoom Ja 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 Oh ja Sehr schön Und damit Fallen wir erstmal runter Wie geil Gut Gut, dass das Batmobil schwer gerüstet ist Nein Ein bisschen mehr Schwung wäre angebracht Ja Das Batmobil ist gerade hier bei dem Schlamm Nicht so einfach Das müsste doch jetzt reichen, oder? Jawoll Kann man das rausziehen? Nö Doch Sag ich doch Wieso ging das eben nicht? Hab doch drauf gehalten Es gab Gerüchte nach Arkham City Es heißt, du wärst anders Hättest ihn getötet Du Ich weiß es besser Ich weiß, dass es Grenzen liegt Die selbst Batmobil nicht überschreiten will Wir werden dich gleich töten, wenn du mich weiter nervst Ja Verwende das Batmobil Eben konnten wir doch hier dieses Diese Luke hochziehen Warum geht es jetzt nicht? Muss ich das denn verstehen? Weil wir müssen das hochziehen Dann können wir da oben drauf fahren Nö Wieso nicht? Jetzt aber! Achso, wir müssen gewissen Abstand halten Sehr schön Winde ausklinken Steigt erst mal aus Nein! Alter! Was ein Fail! Was ein Fail! Was ein Fail! Das gibt's doch nicht! Oh, es wird knapp Hat aber gut geklappt Können wir auch rückwärts fahren? Jaaaa Jaaaa Ich muss nicht jetzt runterfallen Da, eine unsichtbare Alpha Wand! Was war das denn? Haben wir das auch gesehen? Das war eine unsichtbare Alpha Wand! Ich war oben drauf Was ist das denn? Das kann ja jetzt nicht wahr sein Jetzt kommen wir hier nicht drüber oder was? Weiter links Jawoll! Jetzt bloß nicht nochmal runterfallen Schön im Kampfmodus jetzt drüber Jaaaa Das sieht gut aus Und jetzt Hier drüber Und dann Einflinken Der Ankerpunkt ist an der Wand befestigt Ich kann ihn mit dem Batmobile nicht bewegen Aber vielleicht kann er das Gewicht des Wagens tragen Huiiiiiii Langsam aber sicher fahren wir hier hoch Sehr schön Batman! Gute Idee gemacht! Jetzt weiter nach links Und die Winde einsetzen Und jetzt Langsam Gas geben Und jetzt Vollgas! Und dann müssen wir Strom bekommen Jawoll! Das sieht doch gut aus, Freunde heinkau! Ich werde hier Ist die Antenne bereit? Ja, aber wir brauchen einen Mikrowellenturm, um Scarecrow's Position zu orten. Es gibt einen bei Falcone Shipping im Cauldron. Ich habe ihn auf der Karte markiert. Danke, Oracle. Charakterbiografie freigeschaltet. Robin, Zieldetails. Verwende die Antenne bei Falcon Shipping, um Scarecrow zu finden. Wir werden das Bett wegen dem Bettmobil hier mal alleine lassen. Dippel, 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 dippel. Los geht's. Wieder ziehen wir in die dunkle Nacht. Da unten ist ein Riddler-Rätsel, aber das geht nur mit dem Auto. Wer würde denn sowas machen? Läute an die Wand, Nagel. Zwei haben wir ja schon gefunden, die wir leider nicht im Hard gesehen haben. Echt, hast du? Vielleicht war es auch eine Fledermaus, mein Freund. Und wir haben die ganze Stadt und wir bewachen hier oben eine blöde Antenne. Scarecrow's Männer bewachen die Antenne. Ich muss die Bedrohung einschätzen und meinen Angriff planen. Und dann war's das mit der Operation. Wofür brauchen wir ihn? Detektivmodus. 5 Soldaten. Alle bewaffnet. Bemerken Sie mich, töten Sie die Geisel. Ich muss einen Aussichtspunkt erreichen und sie herauslocken. Alles klar. Nein! Was macht er denn da? Da unten in die Luke wollte ich rein. Sind sie einfacher zu erledigen. Mit der Luke kam er direkt vor ihre Füße. Sehr schön. Ähm, Batman. Ich möchte weiter. Hallo? Ich will nicht den Bedringer nehmen. Ich will das machen, was ich will. Nicht, was du willst, Batman. Sehr schön, Batman. Hier können wir von dem Punkt zu dem Punkt schwingen. Ja, komm zu mir. Genau so, wie ich es will. Oh ja, und das sind wir von hinten. Das hört sich jetzt falsch an. Aber er hat uns nicht bemerkt. Das wollte ich sagen. Und Schlaf, mein Freund. Schlaf. Wo ist der Nächste? Ist ja nur noch einer. Du musst erst mal ausschlafen. Ja, er ist sehr müde, mein Freund. Aber wo bist du? Da. Oha. Falscher Knopf gedrückt. Hallo? Ja, fühlen sie wirklich. Lucius, hier wurde eine Geisel genommen. Drei Bewaffnete. Ich muss sie ausschalten, bevor sie reagieren können. Ist er fertig? Flexible Platten über einer MR-Fluid-Panzerschicht. Die sind schneller, verursachen mehr Schaden und sehen dabei angsteinfüllender aus. Oh je. Diese Ausrüstung wurde mit Batman. Ich komme darauf nie klar. Gitter betreten. Kommen wir jetzt auch direkt zu den Reihen. Mal gucken. Das Batmobil versorgt die Antenne mit Strom. Ich kann es jetzt nicht einsetzen. Hallo? Ah, hier geht's. Doch, da geht's weiter. Gitter verlassen? Dann gehen wir hier durch. Ja. Los, Batman. Du bist stark genug. Ja. Wusste ich's doch. Äh. Danke, Batman. Hat viel gebraucht, der Weg? Das Batmobil versorgt die Antenne mit Strom. Ich kann es jetzt nicht einsetzen. Das Batmobil versorgt die Antenne mit Strom. Ich kann es jetzt nicht einsetzen. Einfach mal die Scheiben kaputt machen. Da sind sie doch. Also muss ich doch theoretisch da auch irgendwie hinkommen. Oder sehe ich das jetzt falsch? Hier geht's wieder raus. Und hier? Ja, wir müssen hier rein. Ich brauche zuerst den neuen Batsuit. Damit habe ich einen Vorteil. Okay. Ich möchte ihn aber nicht benutzen. 46 Meter? Aha! Komm zu mir, Batwing! Oh yeah! Was da wohl jetzt drin ist? Umziehen! Umziehen! Oh, wie geil! Bessere Panzerung! Wir sind gerüstet! Schwer bewaffnet jetzt! Batsuit! 3-fach verwebter Anzug! Lucius! Verräugt! Das Interessante ist, was zwischen diesen Schichten passiert. Das MR-Fluid von Wayne Tech verhärtet sich für einen Töpfer. Mit dieser Schlagabsorption können Sie mehr Kraft in Ihre Konterangriffe legen. Die flüssige Rüstung ist flexibler, als Sie es von den Fasern gewohnt sind. Die größere Beweglichkeit können Sie nutzen, um mehrere Gegner rasch hintereinander auszuschalten. Der Anzug ist kompatibel mit dem elektromagnetischen Ausstoßsystem des Batmobils. Sie werden wie ein Geschoss aus einer Magnetkanone abgefeuert. Apropos, der neue Greifhaken zieht Sie ebenso schnell nach oben. Keine Sorge, Mr. Wayne. Der Anzug hält die G-Kräfte aus. Geil! Wie fühlt er sich an, Mr. Wayne? Ich habe die ER-Trainingsprogramme aktiviert, falls Sie eine Diagnose oder Tests durchführen wollen. Dann lass uns die mal ausprobieren. Simulation aktiviert. Schleich dich unbedeckt einer Gruppe von drei Gegern heran, um das Angst-Multi-Schalten zu verwenden. Ja. Simulation fehlgeschlagen. Ja, wenn die sich nicht bewegen. Ja. Nein. Simulation fehlgeschlagen. Was? Das ist mir jetzt zu blöd. Ich habe doch Angst-Multi-Schalten gemacht. Nein, ich habe zu lange gebraucht, um Viereck zu drücken. Gibt's ja wohl nicht. Wo bin ich denn? Danke. Simulation fehlgeschlagen wird das aber auch. Jetzt aber! Schön, Batman! Das war doch schon besser. Oh Gott! Ich habe ihn festgeschlagen! Was? Ich habe ihn festgeschlagen! Was ist denn das? Wie soll ich denn da unten hinkommen und die ausschalten so? Hui! Ihr könnt mich nicht sehen. Hahaha! Aber da stand eben. Geht doch! Geht doch! Wo sind sie diesmal? Da drinne. Hat sie dich jetzt einfacher gemacht, von oben zu kommen? Vier von vier. Jetzt wird's ja nicht schwieriger, weil die auch durch die Gegend laufen. Was? Was? Was ist denn das? Was? Wir haben jetzt nur noch eins. Das müssen wir doch schaffen können. Das müssen wir doch schaffen können. Da mal hin. Da mal hin. Vielleicht so? Alter! Ich hätte doch jetzt direkt drüber switchen können. Was ist denn das für ein Scheiß? Was? Was? Vielleicht so? Nein! Was? Falsche Richtung! Aber so funktioniert das, Freunde. Nein! Aber es klappt! Obwohl ich Scheiße gebaut hab. Jawoll! Das hätten wir doch schon mal geschafft. Bisschen blöd angestellt. Bisschen blöd angestellt. Aber sehr gut geschafft. Und damit benden wir den Part auch für heute. Wir haben jetzt Angst Multischalten, Ausschalten erlernt. Wissen wie das geht. Ja, bisschen blöd angestellt. Es hätte besser laufen können. Aber... Wie es weitergeht im nächsten Part. Im nächsten Training erstmal bevor es in der Story weitergeht. Also bis dann! Ciao!